Die Messe der Toten Eine Frau aus dem Kirchspiel Kuhl hatte sich mehrere Jahre hintereinander zur Urte stark verspätet. Als Weihnachten nun wieder nahte, nahmen sie sich vor, in diesem Jahre aber rechtzeitig zu kommen. Am Heiligen Abend machte sie sich früh auf den Weg nach Kuhl. Als sie an die Kirche kamen, waren alle Fenster hell erleuchtet. Ärgerlich, doch schon wieder den Beginn des Gottesdienstes verpasst zu haben, trat sie in das Gotteshaus und begab sich auf ihrem gewohnten Platz. Er war bereits besetzt. Allein die Beter rückten zusammen, sodass auch für die Frau in der Bank noch Raum war. Am Altar stand ein Geistlicher, der ihr gänzlich unbekannt war. Nun sah sie ein wenig ihre Umgebung an. Ei, ihre Nachbarin kannte sie zwar. War die nicht schon vor einigen langen Jahren gestorben? Sie entdeckte noch einige Bekannte unter den Andächtigen. Aber alle waren schon vor langer, langer Zeit begraben worden. Da packte sie die Angst. Die tote Nachbarin bemerkte die Unruhe der Frau und sagte ihr leise ins Ohr. Die Frau erhob sich sofort und drängte zum Ausgang. Gerade erklang das Itemesa Est, als die Frau die Kirchentür erreicht hatte. Im gleichen Augenblick fiel die schwere Tür ins Schloss. Und in der Kirche war plötzlich alles stumm und finster. Ein Zipfel des Mantels der Frau war zwischen die zugeschlagene Tür geraten und abgerissen. In aller Hast schritt die Frau in der Dunkelheit über den stillen Friedhof, zwischen den Gräbern. Sie war schon weit weg. Da begegneten ihr die ersten Kirchgänger auf dem Weg zu Urte. Nun stellte sich heraus, dass die Frau sich mit der Zeit ganz vertan hatte. Sie war zwei Stunden zu früh gekommen und hatte eine Urte der Verstorbenen beigebohnt. Es war die Messe der Toten, die die Frau besucht hatte. Gibt es das? Treffen sich alljährlich die Toten zur Urte? Wer, also zur Messe, wer weiß, wie es ist. Diese Sage ist vielleicht wahr. Ein frohes Weihnachtsfest euch allen. Ihr mögt also sagen gern. Bedenkt jede Sage hat einen wahren Kern. Ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes Weihnachtsfest für bei die 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 mit